Hallo Leute, ich bin's, der Xerbon, und ich muss euch eine Sache sagen, und zwar, ich werde jetzt demnächst keine Let's Plays mehr hochladen, weil ich meinen Rechner in die Werkstatt schicken muss, und deswegen muss ich jetzt eben halt eine Pause einlegen, ich hoffe ihr versteht das, und ich würde sagen, das dauert bei sich so knapp eine Woche, aber dann werde ich mit dem Let's Plays wieder weitermachen. Bis dahin, viel Spaß noch Leute.